Ich habe den Exxal berufen, aber ich bin nicht auf dem Bild mit dem Sprung dauernd. Ach so? Ja. Was ist das denn? Ja, ist er? Haki. 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 Hisifinox Viring предложiere den Minister. Haki. 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 Jetzt steht er mal da ein bisschen gesteifelt. Agit, gibst du uns auch noch mal ganz kurz ein Statement für morgen? Ich hoffe, ich mache morgen erst mal einen schönen Kampf und liefern die Hörer für den Job. Reicht, oder? Niko Weinberg ist der Veranstalter für morgen. Ich muss mich entschuldigen, weil ich bin ganz kurz ins Kalte Wasser geschmissen, ohne Vorbereitung. Ich hoffe trotzdem, dass ich dir eine Menge Informationen geben konnte. Ich wünsche mir für morgen eine tolle Veranstaltung, dass sie möglichst ganz ganz viele Fans mitbringen, ganz viele Jugendliche mitbringen, die durch das Boxen eine wirklich gute Konkursierung haben. Auch weil im Boxtraining alle, die sich damit beschäftigen, wissen, dass das absolute Disziplin ist. Dass es einstücken können, dass es fokussieren können. Und wichtig ist, dass bei vielen Kindern die Möglichkeit geben, diese tollen Sportart kennenzulernen. Und Jungs, so wie ihr seid, alle Boxer, alle Trainer, ihr seid aufgelösen. Gebt den Kindern eine Chance, von ihren Computern und von ihren Händen wegzukommen. Und einfach den Boxen. Gute Freunde. Ich bin süß sie, stein natürlich nicht geworden. Ich bin nicht ein Handy mit Ihnen ein Flütsch器, Ich bin ja auch derPeopleang hast vorèreitation. Aber ich bin sehrฉærug. Verbandschaften, die klären und dieser Person ausgerissen, das möchte ich auch erreichen. So, vielen Dank! Das war es von meiner Seite. Ich freue mich, Sie wollen alle wieder zu sehen und für die Kaninchen toll, 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 toll. Danke. Ich habe nur eine Idee, die gestanden. Ja, auch bitte mal einen Applaus für die anderen. Die haben das super gemacht. Jetzt hätte ich jetzt alles gesagt. Die Veranstaltung für den Morgen in dieser Arena in Hasenstadt, in der Nüsseldorf. Wer sein Interesse dafür geweckt hat, hat die Gäste. Und ich bedanke mich, dass Sie da waren und freue mich, dass Sie da waren. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Und das geht nicht. Ja, der Ausgleich hat noch. Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich schenke jetzt mal die Schenke. Ja, das ist ja mal. Ja, das ist ja mal. Das ist ja mal. Das ist ja mal. Ja, das ist ja mal. Ja, das ist ja mal. Vielen Dank.